Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 14. Juli. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder neuen Technik-News für euch vorbereitet. Wir beginnen mit Hyperloop, gehen zu Xiaomi, zu Unity Media, zu Xing, zu WhatsApp, zu Virtu, zu Seeing AI, zu Fred Ripper und zu Oculus. Wir beginnen mit Hyperloop und die hatten ihren ersten erfolgreichen Test mit einer Kapsel in Originalgröße. Eine kleine Kritik seitens der Fachpresse gibt, die ich nicht ganz teilen kann. Die Kapsel hat nur eine Geschwindigkeit von 113 kmh erreicht. Trotz allem schon ein recht beeindruckender Test. Die Kapsel hob auch tatsächlich quasi von den Sicherungsrädern ab, war 5,3 Sekunden in der Luft. 110 kmh eben die Geschwindigkeit bei einer Teststrecke von 500 Metern. Der nächste Test soll dann immerhin schon 400 kmh erreichen. Bis zum Gesamtziel von 1200 kmh ist es dann noch ein weiter Weg, natürlich. Aber eben immerhin, das Abheben hat schon mit einer Kapsel in Originalgröße funktioniert. Wir kommen zu Xiaomi und die überraschen jetzt mit einer neuen News quasi. Die wollen jetzt endlich den Sprung nach Europa wagen. Zwar geht es quasi von Ost nach West los, bis Deutschland, die Schweiz oder Österreich dran sind, wird es noch einige Zeit dauern. Aber immerhin, der Sprung nach Europa wird mal gewagt. Warum funktioniert das Ganze jetzt und warum ist es bisher noch nicht passiert? Tja, man hatte immer Angst vor Patentklagen. Aber die Woche wurde ja auch die Info bekannt, dass man im Endeffekt ein Patentpaket von Nokia gekauft hat. Das dürfte das Ganze ein bisschen absichern und damit den Start in Europa überhaupt erst ermöglichen. Stichwort Europa. Wir kommen zu Unity Media. Die haben ja schon dieses Angebot, wo man quasi sich in WLAN-Netzwerke anderer Kunden einhängen kann, sofern man selbst Kunde ist. In Deutschland heißt das offensichtlich Wi-Fi-Spot. Bei uns in Österreich heißt das Wi-Free. Jetzt ist es soweit, das Ganze wird verbunden über elf Länder hinweg. Dabei sind Irland, Niederlande, Belgien, Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und eben Deutschland. Bedeutet, wenn ich als Unity-Kunde, und das bin ich zum Beispiel, bei uns heißen die WLAN, dass mich in Deutschland in ein Unity-Netz einwählen will, kann ich das ab sofort. Ich muss mich dazu nur in jedem Land einmal quasi registrieren und kann mich dann kostenlos mit den Hotspots dort verbinden und dementsprechend surfen. Trotzdem, die Roaming-Gebühren jetzt weggefallen sind, eine recht praktische Sache meiner Meinung nach. Den Datenguthaben gibt es ja immer noch. Wir kommen zu Xing und da hatte ich ja die Woche schon bereits die News, dass sie eine Firma aus Wien übernommen haben. Die Firma Prescreen für 17 Millionen Euro. Jetzt wurde eine neue Übernahme bekannt. Die sind fleißig auf Einkaufstour. Die übernehmen jetzt für 10 Millionen Euro das Netzwerk Internations. Im Endeffekt ein Netzwerk, wo sich Leute, die im Ausland tätig sind, miteinander verknüpfen können. Ja, eigenen Angaben nach haben die 2,7 Millionen Mitglieder aus 390 Städten weltweit. Wir werden sich abzeichnen müssen, ob das an Xing hilft, sich weiterhin gegen die wesentlich größeren Berufsnetzwerke wie LinkedIn durchzusetzen. Wir kommen zu WhatsApp und da gibt es eine relativ willkommene, praktische neue Änderung. Man kann über WhatsApp jetzt nicht nur Fotos und Videos verschicken, sondern eigentlich Dateien jeder Art. Eine kleine Einschränkung hat das Ganze leider. Maximal 128 MB je Datei dürfen versendet werden. Trotz allem eine ganz willkommene Neuerung und sicherlich recht praktisch für den Messenger. Wir kommen zu Virtu. Kennt ihr Virtu noch? Im Endeffekt mal eine Subfirma von Nokia, ein Hersteller von Edelsmartphones. Die wurden mit Gold verziert und mit Edelsteinen. Damit ist jetzt aber Schluss. Im Endeffekt, ja, Virtu ist pleite und wird die Fabrik in Großbritannien mit 200 Mitarbeitern leider schließen. Wir kommen zu Microsoft und die haben ein sehr spannendes AI-Projekt vorgestellt, das sich sehr, sehr gut heißen muss. Das nennt sich Seeing AI und soll vor allem Leuten mit Sehschwäche helfen. Im Endeffekt beschreibt diese App das, was sie sieht, eben wenn ihr es quasi nicht mehr seht. Die erkennt sogar Personen, Freunde sogar mit dem Namen, sofern sie darauf trainiert wurde und kann eben beschreiben, was kommt. Soll auch äußere Merkmale beschreiben können, Emotionen, Farben dürften auch in Arbeit sein. Das dürfte nicht ganz so leicht sein. Ansonsten ist es so ein bisschen eine Kombination aus Dokumenten, Scanner und Barcode-Reader. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas abfotografiere oder filme, was ich nicht lesen kann, liest mir das Ganze vor. Sehr spannend, denn in den Shownotes ist ein Video verlinkt. Wenn das auch nur halb so gut funktioniert, wie man es uns weismachen will, ist das eine sehr, sehr spannende App. Und ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn sich Firmen für behinderte oder eingeschränkte Personen einsetzen. Wir kommen zu AMD. Da wurde jetzt der neue Ryzen-Prozessor mehr oder minder vorgestellt oder in den Verkauf angekündigt. Der Threadripper-Rechner, 16 Kerne, 32 Threads, soll Anfang August bereit starten für den Kampfpreis von 1000 US-Dollar. Damit ist er deutlich billiger als die Intel Coffee-Leg-Lösung i9. Der unter Anführungsstrichen kleinere Rechner mit 12 Kernen soll sogar nur 800 Dollar kosten. Zum Abschluss eine kleine News zum Thema VR. Oculus plant offensichtlich ein eigenständiges Headset zu bauen. Bedeutet, dass ich das dann nicht mehr lange mit meinem Rechner verkabeln muss oder sonst irgendwas, sondern die komplette Berechnung in dem Headset direkt erfolgt. Das ganze Gerät soll 200 Dollar kosten, noch dieses Jahr erscheinen. Die Hardware-Plattform wird ein Snapdragon-Rechner sein. Im Endeffekt der, den ich euch im Rahmen der letzten zwei Messen immer wieder schon angekündigt habe, dass er für genau diese Geräte kommen soll. Jetzt steigt eben auch Oculus in diese ganze Richtung ein und, ja, wird spannend werden, gerade für den Preis. Vielleicht gibt es VR endlich mal den notwendigen Anschub. Ja, Anschub muss ich euch sicher keinen geben. Es geht straight Richtung Wochenende. Es freut mich, mit euch die Woche verbracht zu haben und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.